Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP, euer Ding am Start. Letztes Mal haben wir... Oh shit. Haben wir... den dritten Boss gelegt. Der richtig boring und scheiße war. Und jetzt... müssen wir zur Brutmutter. Und... Ja, das wird unser letzter Boss, also unser letztes Herz, kann man so sagen. Müssen wir uns da abholen. Unser letztes Herz. Äh, holen wir uns da ab. Und... Ich bringe erstmal ein Fangskomitee hier. Ähm... Ja. Wir müssen hier rein anscheinend. Wenn wir schon einmal waren. Wir müssen irgendwie irgendwo durchreiten. Das machen wir natürlich auf souveräne Art und Weise. Und... Okay. Ich hasse dieses Vieh. So, bitte stirb. Auf, auf, auf. Sehr gut. Wir müssen mal wieder Raum und Zeit manipulieren. Ich mag die Grund, ich muss die Schaden eingeben und so nicht dannppingen. Ich kann es auch nicht mehr, oder? Das ist das, was ich. Danke, Herr. Ah, ich fand er, ach so So Ja, ja Was soll man machen, man muss einfach ein paar Hits einstecken und ihn dann einfach vernichten Den Gammler Na also So, ich hab ihn auch geschafft So, jetzt gehen wir da oben lang Bin schon richtig motiviert auf das Spinnenland, weil ich spinne ja so gerne, aber es ist ja so toll Ach, zickle noch, Mutti, ey Ja, ja, komm Ich brauche Leben So Oh, das ist so scheiße, dass man mit dem hier nicht reiten kann Das würde mich so glücklich machen Ich glaube, ich hätte auch einfach porten können, aber Jetzt ist egal Jetzt laufen wir einfach Oh, da oben ist da vorne, da oben Da vorne ist ein port Wenn ich den grünen Knopf drücke Bedeutet das, dass er springen soll Nicht runterfallen Oh, da oben Ciao Ich bin Ich bin Ich bin Gut, 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 gut Egal, wir laufen einfach mal Wir gucken mal, wo wir hinporten können Ob wir irgendwo in die Nähe porten können Und dann reden wir weiter Bullgrip kommt ran an meiner Seite Ach, keine Ahnung Ich glaube, wir müssen zu Fuß einfach weiter Bravo, Reiter! Sogar die Asche des Griechens zu dir Ah, jetzt kann ich hier durchreiten in aller Uhr Sehr gut, glaube ich Alter Ich dachte, das ist unser Ende Ja, okay, ich weiß, ich muss da durch Ihr braucht da jetzt nicht eine Cutscene 15 Minuten draus zu machen So, wie komme ich da hin? Ha! Wie komme ich da hin? Ist die Frage Mensch, ich weiß nicht, ich weiß, ich kann das nicht So 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 Was? Jaaaah. Da unten ist irgendein scheiß Reiter gewesen Jawohl, wir sind richtig gerettet Das heißt wir sind jetzt in dem Reich der Spinnen angekommen Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Gut Durch das Land Hübsch Ach, die haben uns getaket Süß Möge das Licht euch verbrennen Wo sind wir? Kein Plan Wo müssen wir hin? Kein Plan Wenn wir alle auseinander nehmen Easy peasy Sooo, das haben wir gecleart Da würde ich gerne hinkommen Gehen wir erstmal hier rüber Gibt es hier noch was? Schnupper Gas, böse Wicht Ja Hä? Anscheinend kannst du hier noch nichts erreichen Am besten halten wir uns erst einmal fern von hier Würde ich nett so sagen Wäre ich absolut kein Freund von mich hier von fern zu halten erstmal Absolutly fucking Warum ist da eine blaue Spinne auf der Karte? Holy shit Macht Sinn Macht Sinn Wenn ich da oben lang gehe Dann fuck mich die Spinne ab Ah, Alter So So das war jetzt unexpected für dich nötigerchen haha tja scheiße gelaufen das ding ist ist das der richtige weg aber ich denke schon ich denke wir sind ich bin einfach einmal außen rum gelaufen da ist der ich bin ein fader zur seite mit dir ich kann auch einfach runterspringen können oder wären wir hier jetzt auch ja macht sinn wir haben noch keinen key also gehen wir hier mal in locker flockig weiter in aller ruhe oh hallo so so Der nächste ist down Ist auch down Hier hinten ist nix mehr Reißen wir mal kaputt So Umgebungscheck Da ist ne Plattform, da unten ist Eis, da unten ist irgendwas... Boah, ekelhaftes Das auch Ach, nein Der kommt jetzt zu mir oder nicht? Oder meine Seite, meine Freunde Natürlich Wartenscrashing for the winning So, das haben wir geschafft Ähm Jetzt bewegen wir uns Und Jetzt ist das ausgeralmst Somehow Genau Ah, da kommt alle Kommt mal hier alle an, meine Beide erst So So Dann machen wir kaputt Super Gut Gut Da oben ist ein Zeitding Ich weiß zwar noch nicht wofür wir das brauchen, aber... Ich werde das bestimmt bald herausfinden Ähm Dort unten wartet nur der Tod auf uns Dort unten auch So So Hier sind wir schon So Hier oben waren wir noch nicht, hier sind noch Gegners Ja, 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 ja Ich hasse spinnen So 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 Euaah Wir sagen So Ah, da sind auf jeden Fall Kisten Ah, ein Rätsel Nein So, das haben wir Hier gibt es den Schlüssel des Beobachters Und hier gibt es auch eine Kiste Ich habe Ah, da sind wir Ah, so viele noch am Leben Jetzt sind sie alle tot Gut, was ist hier drinnen? Eine Karte Das ist ja super Gut, 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 gut Wir müssen hier wieder raus Erstens müssen Eins runter Und dann wieder eins hoch Und dann gehen wir hier raus Gut Dann in der nächsten Folge Öffnen wir Mit unserem Schlüssel die Tür Und schauen mal, was auf uns wartet Das Ambiente stinkt richtig hart in diesem Gebiet Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein, bis zum nächsten Mal Und dann